Musik Ich freue mich, dass Andrea Sawatzky am 6. September zu einer Martiné in den Mondpalast in Wanne-Eickel kommt. Sie wird lesen, sie wird mit mir diskutieren. Ich bedanke mich sehr, dass Christian Stratmann diese Möglichkeit zusammen mit seinem Team uns gibt, gegen Antisemitismus, gegen das Vergessen, möglichst viele Menschen anzusprechen und zu motivieren, sich einzubringen für die Würde des Einzelnen, gegen Judenhass und gegen Ausgrenzung. Untertitelung des ZDF, 2020